hallo zusammen und willkommen zurück beim wilden rübenroder fahrer auf der nf marsch ja wir sind hier unterwegs und machen hier immer noch zuckerrüben ernte unser beliebtes thema der letzten jahre wollte ich schon fast sagen der letzten folgen aber es muss gemacht werden und ja wir haben jetzt gesagt wir machen auf diesem feld hier mal noch ein bisschen selbst arbeiten müssen aber auch immer gucken was unsere helfer so treiben weil ich glaube nämlich dass der jcb schon an seinem nächsten arbeitsfeld angelangt ist das heißt dem müssten wir gleich mal einen job geben wir werden gleich einmal durch die fahrzeuge durchspringen und gucken was gerade so los ist so der ist noch armeen der fährt der holt nachschub laut die sehmaschine genau wir wollten mit dem dann düngen fahren da hat man ja noch missionen angenommen so dann parken wir hier mal kurz so dann nehmen wir den großen amazone diesmal so hier müssen wir umstellen auf dünge abholung und jetzt war die frage welt 16 müssen wir ach guck mal wer tun auf der 15 tun wir glaube ich blühen und auf die 16 gehen wir zum düngen und so genau der pausiert auch hier haben wir ballen ohne ende so du musst auf die 15 und welches von den beiden ist das jetzt wo war denn das wo war denn das ach das ist die 15 das obere er gut er hätte man auch erraten können und bei mir tun sie wieder mal bohren in der nachbarwohnung juhu ich liebe das das heißt wir müssen nach dieser folge wieder aufhören mit aufnahmen ja ich hoffe dass das nicht allzu sehr in der folge jetzt mit raus dröhnt aber da müssen wir jetzt durch falls falls man es hören sollte tut mir leid aber wie gesagt ich kann es nicht ändern das problem mit den arbeiten hier nebenan das habe ich ja schon ein paar tage länger irgendwann sind sie hoffentlich fertig so kommen dann fahren wir jetzt oben wieder rüber gucken dass wir so stückchen für stückchen hier ein bisschen breiteren feldrand bekommen damit wir einfacher direkte bahnen fahren können so neunhunderttausend euro es fehlen halt immer noch 1300 für das labor der 300 was heißt 1300 300.000 so so rum das macht mir schon wieder ganz kirre hier muss ich ehrlich sagen ja gucken wir dass wir einfach hier ganz gemütlich das jetzt runter ruppen so gucken in der nächsten folge dann vielleicht mal die ball noch weg sammeln das muss ja auch gemacht werden ich glaube wir könnten nach der bahn direkt mal wieder abladen fahren wir haben 90 prozent von wieder so wie viel haben wir denn im lager 482.000 hof wasser und der hat seine runden beendet mit dem wasser fahren sehr gut sehr gut sehr gut so während der ablädt können wir mal gucken der ist hier angekommen ist das wohl das feld hier was der kollege bearbeiten muss generiere feldkurs hier erster wegpunkt los geht's der dünner streuer der muss dann wohl auf dieses feld hier 42 2 vorgewände sieht gut aus erster wegpunkt los geht's auffüllen irgendwie hat er einen komischen kurs trennen das müssen wir das nächste mal vielleicht ändern so du kannst aber auch jetzt mal langsam wieder los arbeiten der braucht noch der macht's gut dann heißt es für uns hier wieder rin in roda und weiter geht's so 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 das heißt dann eben für uns die zuckerfabrik werden wir nicht das ganze jahr durchlaufen lassen können ist ja auch nicht so wichtig hauptsache wir kommen eben mal schon mal eine ecke weit mit so fällt 45 die anderen sind alle noch einstelliger werte das heißt da haben wir noch etwas zeit bis bis wir die nächsten missionen abschließen können wichtig ist eigentlich nur dass der luke also der jcb fertig wird mit seinem feld bis wir hier fertig sind weil den brauche ich dann definitiv als abfahrer sonst kriegen wir die sachen da nicht vom feld runter mal gucken ob wir jetzt schon einigermaßen da hinten wenden können 16 zu 10 prozent geschafft perfekt ja guck mal das sieht doch gut aus hier zurückstoßen ja ja gucken wir mal wie weit wir jetzt hier heute noch kommen oder wir gehen gleich mal rüber und sammeln ein paar ballen auf das könnte man ja klar auch machen ich glaube das machen wir auch wir müssen mal was anderes sehen wie zuckerrüben und das ding ist halt während der dann die ballen weg fährt können wir uns schon wieder um andere sachen kümmern also zum beispiel um rüben rohen so weit ist die ballen presse noch gar nicht gekommen ich hatte gedacht dass da schon mehr passiert ist so wir müssen glaube ich nur einmal hinten gleich mal abladen und neu beladen weil das passt da alles nicht so wirklich zwei bekommen wir noch den hat er so halb drauf genommen so wie schaut's aus gut dann laden wir einmal ab und laden schön sortiert auf so und was ist mit dir hallo du kannst auch mit so gucken mal dann ist das hier erledigt wir müssen ich schaue nach aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es zur gärtner geht genau wie gesagt während der jetzt darunter fährt können wir schon wieder in den roh da rein und die nächsten zwei drei bahnen ernten arbeit beendet das dürfte der axion sein schätze ich mal das heißt den müssen wir eigentlich dann aus dem weg waren weil dann irgendwann der heuwänder kommt ja das machen wir auch mal der ist schon ziemlich dicht dran da würde ich sagen du fährst mir auch mal in die werkstatt gut ja wir waren hier gut ja gut gut ja gut 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 irgendwie ist schon komisch dass ich in drei projekten fast zeitgleich zuckerrüben ernten muss sehr sehr komisch aber es ist halt so bei den ja der mercedes ist da ich weiß bei den nachbarsbauern wird es wohl am freitag was werden hier sind wir jetzt gerade dabei und im hardcore projekt im hardcore projekte war es am sonntag der falle so 45 auf geht's ja es ist die frage wir müssen hier eigentlich wieder zuckerrüben drauf machen da führt gar kein weg dran vorbei ich hatte überlegt machen wir hier irgendwas anderes aber da wir so viel zucker brauchen oder zuckerrüben brauchen muss hier weiter mit rüben gearbeitet werden ja so gucken wir mal anderthalb minuten noch ping pong ach das ist der axion der wird jetzt einmal gewaschen und repariert muss auch sein bring rüber so da würde ich aber sagen wir lassen den jetzt mal hier stehen sauberes fahrzeug so du bist hier auch gut dabei der ist gleich fertig das ist sehr gut hier wird auch kräftig gearbeitet der ist voll dabei der lkw ist das heißt da können wir in der nächsten folge dann weiter mit ballen sammeln machen aber nächste folge ist das passende stichwort nächste folge kommt bald wir sind nämlich hier erst mal fertig schaut gerne wieder rein ich würde mich freuen und sagt jetzt einfach mal tschüss bis dahin